moin moin zusammen und willkommen zurück bei arg wir haben unsere finale position erreicht nämlich diese da kann ich mal kurz zeigen von hier oben da unten ist das meer ganz schön ganz geschmeidiger mehr ist gut das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus aber okay hier wollen wir uns jetzt soweit niederlassen ursprünglich war mal geplant kann ich das von hier aussehen verdammt da unten irgendwo ist ein schönes stein plateau war das da nicht hier unten irgendwo oder da hinten ist ja egal da wollte ich mich zuerst niederlassen gab da oben wird von piranha zerfleischt auch interessant es gab eine kleine planänderung weil die position die hier jetzt gefunden habe mir wesentlich besser gefällt dazu gibt es aber ein kleines problem neben der tatsache dass da meghalodons und sarkos und hinter mir irgendwo auch kraftoren und das ist halt eine gefährliche gegend aber das ist nun mal arg ist mir beim letzten mal der let's play spielstand flöten gegangen komplett ja das ist nicht ganz so schön ich habe mir bereits 3d los wieder geholt habe auch vom level her relativ gut aufgeschlossen im vergleich zum letzten ich habe ein wenig anders gilt aber habe mich dann auch eigentlich nur darauf konzentriert warum hatte ich noch fleisch in der tasche betonung liegt auf hatte ich habe mich eigentlich mehr darauf konzentriert die sachen zu sammeln dass wir hier gleich schön was bauen können ich habe hier schon mal den anfang gemacht einfach um die kisten hinzustellen für das ganze material ich habe eigentlich alles was wir brauchen ich habe holz gesammelt habe fiber gesammelt ich habe gesammelt das brauchen wir jetzt erstmal um foundations und anderes gedöhnt zu machen und genau das werden wir jetzt auch tun ich finde es ein bisschen ärgerlich ich werde mir auch nach und nach die sachen denn per cheat modus da sehe ich gerade die neue änderung ja das ist ja sexy ich habe gerade eben die neuen patch notes gelesen ist man kann jetzt nur noch das anderthalb fache als anderthalb fache seines eigenen gewichtes zusätzlich tragen und dann geht nichts mehr sonst konnte man das ganze ja überziehen wie man lustig war jetzt muss ich aber mal gucken das passt mir natürlich jetzt gar nicht in den plan rein ne feinbar will ich nicht das brauche ich noch da kann ich glücklicherweise noch ein paar nehmen gut was brauchen wir denn eigentlich wir brauchen paar foundations noch war es gut so viele können wir noch nicht machen wegen platzmangel gewichtmangel etc pp was habe ich denn hier drin was so schwer ist außer das holz gar nix ja okay da haben wir unser level ab ja die räuspert hast du wieder vergessen werden lange 25 minuten was machen wir denn jetzt bin dazu geneigt erstmal noch die stamina zu erhöhen irgendwas ganz wichtig ist bei die wollen wir auf jeden fall haben ich werde soweit nicht die fortsetzung nach den holz gedöns lernen das einzige vielleicht die stein sachen das ist stein wand und den zaun ich glaube mehr gibt es momentan auch noch nicht aber auf das metall werde ich zum beispiel nicht gehen und fans könnte ich mir noch überlegen weil ich bezweifle dass wir überhaupt so weit kommen werden aber ist das mir egal die acht punkte lasse ich da liegen schadet ja nicht take all jetzt drei vier fünf sechs machen wir erstmal sechs derzeit kann ich ja sicherlich schon mal da eine hin neun 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 hier ist gerade was ganz großes rum gewatschelt so ich habe selber absolut keinen plan wie wir das jetzt hier anstellen aber wir werden schon was finden wir haben ja noch genügend holz 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 was bräuchte noch vier stück für da drüben eigentlich noch 7 egal ich werde das jetzt erstmal ein bisschen klein halten weil anbauen können wir immer noch das ist ja nicht das problem machen wir nämlich so und so zwei stück noch und dann können wir uns an die wände machen wenn ich das durch aber wahrscheinlich schon wieder ein level ab und die wände fiber falsche kiste die wollte ich fiber 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 ich wollte mich bewegen so ja schön oder auch nicht ehrlich gesagt ärgert mich dass das der spielstand weg ist auch wenn das jetzt nicht so tragisch ist aber wir brauchen auch noch mehr holz und dann noch ein word frame und dann möchte ich auch ganz gerne noch eine tür haben wobei der word frame erst mal genügt so wir haben zehn wände plus den schöne hier ich muss jetzt mal gucken von welcher seite ich denn am besten reingehe denke von dieser hier mir passt es ehrlich gesagt nicht so ganz dass das jetzt eine 4x4 fläche ist aber egal es geht erstmal darum den unterstand hier soweit zu haben nicht schön brauchen wir aber noch 1 2 3 4 dass ich ja der das ist blöd gesetzt egal da erst wohl da und da ich habe als ich hier angekommen bin da hinten noch irgendwo raptoren gesehen bin ganz froh dass die mich nicht entdeckt haben ja meine dinos sind auch alle weg das heißt die muss ich mir auch noch mal neu holen das ist aber auch nicht das problem wo ist mein dritter ich hatte drei dillos dillos falsche taste möchte ich jetzt mal bitte alle bei mir haben ok es sind nur zwei einer ist wahrscheinlich irgendwie auf wanderschaft gegangen nicht so schön absolut nicht schön ist der hier irgendwie runter gefallen steht da unten irgendwo hallo hallo na wenn er da unten steht wurde wahrscheinlich schon vom sarg wurde hinten gefressen das ist nicht ganz fair aber fein oder so ja ja ich weiß ich bin heiß habe ich eigentlich noch steine ne wahrscheinlich nicht ne steine ne wollte ich eigentlich gar nicht ich will steine das passiert wenn man das inventar und einfach nur auf die schnelle einsortiert dann ist wieder nix da wo sein soll ich befürchte aber was wir müssen zum strand um steine zu sammeln alles wesentlich schneller na wobei es kommt ganz gut hier was rum ich benötige nämlich noch ähm campfire ich kann nämlich mal fies und lustig wie ich bin mein dino so ein bisschen fleisch klauen die haben nämlich ein bisschen mehr so fünf stück reichen dir 4 zu 4 kollege höre ich da etwa nachbarshunde ja möglich so was du wolle äh ja ihr merkt ich bin heute irgendwie nicht so ganz bei der sache ich kann nicht mal sagen warum ich weiß es ehrlich gesagt nicht wie machen wir das wie machen wir das wie machen wir das erstmal holen wir holz dafür würde ich gerne das inventar ein bisschen leer machen ich weiß nicht was so schwer hier ist das kommt erstmal raus das kommt raus wer habe ich jetzt 47 das reicht für einen guten schwung erstmal aus aber wir haben hier nur kleine bäume was ich ziemlich ätzend finde weil da kriegen wir nicht so viel raus ich meine ganz ehrlich sieben holz für so einen baum ich weiß welche bäume am meisten geben aber die haben wir hier leider nicht das ist ja mein problem an der geschichte aber dass wir die bäume hier weg kloppen ist schon mal ein guter anfang da haben wir sie nichts gesagt habe nichts gesagt ja ne ist klar sicher habe ich jetzt mal gar nicht gesehen ich könnte dich tamen vielleicht möchte ich dich auch tamen vielleicht weiß ich aber auch dass ich zu wenig fleisch habe und deswegen dich nicht tame so und nicht anders wie viel geben die denn hier mal gucken naja naja kann man mit leben noch einer kannst du dich jetzt bewegen nein du kannst dich nicht bewegen schön was mache ich denn mit dir ich natsch dich um hier laufen so viele dillus rum das macht den kohl echt nicht fett ich habe letztens das glück gehabt dass sich ein stego hier in so einem baum festgebackt hat das war ein sehr einfaches spiel für mich muss ich sagen also in meinen auf meiner privaten karte das fand ich schon sehr toll vielleicht haben wir hier auch das glück wobei ich ja immer noch mein flugsaurier wieder haben möchte wenn ich mal so ehrlich bin wir müssen langsam mal was futtern ja es wird wieder sommer in deutschland ihr könnt jetzt in den aufnahmen vermehrt mein hund sicherlich vernehmen der hechelt sich nämlich hier ein wolf weil es ist piss warm so habe ich das gleich durch glaube eher nicht ne ich hätte ganz gern eine foundation die sind aber auch teuer die sind aber auch teuer leute ich nehme hier schon mal den anfang machen oder auch nicht da geht sie nicht ran ist natürlich scheiße dann muss ich das hier auf die seite setzen nicht schlimm aber das ist gerade unpassend habe ich irgendwie sprungkraft geskillt oder keine ahnung so die kommen raus die kommen raus die kommen auch ebenfalls raus das kommt raus das ist nämlich alles zusatzgewicht was ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann ich habe einen sattel in der crate gefunden deswegen die kommen raus naja gut kann man so lassen der rest behalte ich soweit drin und futtern ich habe irgendwie hemmungen da vorne hin zu gehen weil ich weiß was da teilweise rumkreucht und fleucht aber wir brauchen nun mal das holz da führt ja kein weg dran vorbei diese bäume hier haben übrigens diese dünnen festen oh die los haben mir persönlich immer am meisten holz gebracht wie ihr seht deswegen finde ich es gerade so uncool dass hier so viele dinos rumwatschen auf die ich eigentlich gar nicht scharf bin aber vielleicht kommen wir heil aus der sache raus ich hoffe es ich habe ja noch gar kein bisschen an rüstung jetzt gerade gecraftet was ich ziemlich ärgerlich finde auf der einen seite aber mit den nächsten ab sind wir sowieso dabei die nächste stufe der rüstung zu machen die leder rüstung und dann brauchen wir die stoff rüstung hier sowieso nicht mehr also warum soll ich da jetzt noch kraften macht irgendwie ein bisschen wenig sinn finde ich ich muss auch gleich noch meinen arbeitskollegen wecken fällt mir jetzt gerade mal beim blick auf die uhr ein der möchte um halb zwölf einen weckruf haben wer ihn grüßen möchte hallo manchi du wirst geweckt das war von mir ja er ist nämlich diese woche eine kleine schlafnase der kriegt jetzt irgendwie nicht hin pünktlich aufzustehen dabei haben wir doch schon so lässige arbeitszeiten meinst du nicht auch na gut dann nicht klingt wie so eine verkappte biene gerade wie viel brauchen wir denn noch weiß es nicht ich krafte mal dann sehen wir es ja oder auch nicht weiß ich nicht absolut keine ahnung was ich hier gerade fabriziere ehrlich gesagt ich bin nicht müde ich bin ausgelaugt ganz einfach ach so ja wo mir da gerade ein blick auf die uhr zugegen kommt ich hatte ja gesagt dass wir jetzt muss ich hier die ganzen wände wieder einreißen reicht das nicht erstmal aus wenn ich die einreiße vielleicht ja nicht genügend holz um mal eben die foundation zu machen wenn ich die eingerissen habe habe ich genug holz für eine foundation ich hatte ja eine folge gesagt dass die folgen ab jetzt halbe stunde lang werden das bleibt auch fast bestehen ich werde aber zwischen 25 und 30 minuten schwanken also nicht wundern wenn dann auch eine folge mal ein bisschen kürzer ist aber sie werden sich alle so um die 25 minuten bis 30 minuten drehen so ich habe gesprochen und ich habe einen ab was machen wir wir hauen unsere energie noch ein bisschen hoch energie schadet nie die hätte ich gern die hätte ich gern ich bin ja an den raptoren sattel auch interessiert weil hier laufen ja nun mal raptoren rum und die möchte ich haben wir brauchen auch noch oder habe ich die schon gelernt ne die rampe habe ich schon alles klar die leiter möchte ich um gerne ich weiß nicht mit der leiter mhm sie ist ganz nett aber sie ist doch blöd zu handeln irgendwie naja ok das nützt ja nix so meine achse ist auch schon gleich wieder kaputt jetzt brauchen wir noch wände das kann man da raus das kann man da raus die wände waren glaube ich nicht so teuer 40 20 40 40 wenn ich 20 rausbekommen habe da habe ich 40 bezahlt gut oder auch nicht das überlege ich mir noch ja wie gesagt ich hole den ganzen kram jetzt so nach und nach alles wieder ich habe ja noch das eine video hier liegen ich hatte ja glücklicherweise euch gezeigt gehabt was in den beiden turtles drin war ich bin mir nicht mal ganz sicher ob ich die oi 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 und die Turtle backt da drin auch fest soll mich nicht stören vielleicht führe ich mir doch wieder eine Turtle ja also ich habe ja das Video hier liegen ich werde dafür auch und das tut mir auch wirklich leid aber ich werde den Cheat Mode dafür ein bisschen benutzen aus dem ganz einfachen Grund weil ich keine Lust habe den ganzen Kram jetzt wieder einzusammeln für etwas wo ich ja eigentlich so effektiv keine Schuld dran trage deswegen werde ich mir das ganze Zeug so weit was von den einem Video da vorhanden war werde ich mir per Cheat Mode hier raussuchen und dann läuft es fast mit Ausnahme der Dinos halt auch selber hinaus als wenn wir hier wirklich ja her gelaufen sind was wir auch sind das klang jetzt irgendwie so als hätte ich mich rechtfertigen müssen ich hätte ja cheaten können nein ich bin hier wirklich her gelaufen wie ja die Map beweist das ist ja ein komplett neuer Spielstand so mal kicken äh Pfirsich ich habe ich schon mal drei ist ja schon mal ein Anfang ist ja schon mal fast die halbe Hütte fertig okay lass mal den Holz war auch schon mal eben besser sind aber auch einfach die falschen Bäume da müsst ihr noch ein bisschen am Balancing arbeiten finde ich persönlich klär mal den Leuten dass ein verbackter Skorpion da hinten rum backt ich mag Skorpione so schon nicht und ich bin mir nicht sicher ob ich einen verpackten hier haben will äh keine Frage als Reittiere sind die echt geil das hat schon was so mit so einem riesen Skorpion hier rum zu düsen das macht schon Spaß aber brauchst du nicht unbedingt als Gegner weil die einen ganz ekelhaft vergiften so wie viel habe ich äh brauch noch ein bisschen so die ist kaputt jetzt gehen wir erstmal zurück unterwegs crafte ich dann noch die beiden Wände die ich craften kann fordere noch ein bisschen was vielleicht zeige ich euch ja wer im letzten Livestream dabei war der weiß die Position wo ich eigentlich hin wollte war soweit nicht schlecht ich fand sie aber ein bisschen beengt und man muss ja dann immer soweit laufen wegen irgendeinem Quatschkram hier hier haben wir halt jetzt den Nachteil dass wir genau dann kann ich denn naja schon richtig hier haben wir halt jetzt den Nachteil dass wir zum Wasser runterlaufen müssen aber das würde ich sagen ist jetzt nicht so das größte Manko so dann kommt da nämlich der Woodframe rein Moment äh der Doorframe hier habe ich dann noch die Walls das dürfte eigentlich schon reichen ja perfekt wie abgezählt man könnte mir ja unterstellen ich wüsste was ich hier tue so wie viel benötigt denn das ist nämlich mein nächstes Vorhaben die Rampe 60 okay auch kein Problem holen wir bist du Jack ich übersehe hier die ganze Zeit die Dinos ist das denn oh das ist nicht gut das ist nicht gut Jungs könnt ihr mal bitte danke das ging ja recht gut von der Hand much was krass die Steine nehme ich auch noch mit hier zum Beispiel sind so 6 Holzstücke die man hier so in etwa rauskriegt die sind in Ordnung für so deine Bäume das sehe ich ein aber da hinten so ein Mammutbaum 8 bis 10 Leute kommen schon ernsthaft ich hätte ja nichts dagegen wenn sich ein Trike oder der Stego da hinten mal einfach in so einen Baum reinbackt ich hab zwar noch keinen Sattel für den aber ein lustiger Zeitgenosse ist er definitiv backst du jetzt irgendwo drin oder müsste ich Angst haben wenn ich dir jetzt so nahe komme dass du hier irgendwie Party machst ne du backst ein Baum wird unser nächstes Mount zumindest insoweit dass wir ihn als Lager benutzen können wobei mir der Trike gar nicht so sehr gefällt muss ich ehrlich sagen weil so prächtig ist das Vieh nun auch wieder nicht weiß nicht also ich finde den Stego finde ich wesentlich interessanter oh ja hier zeichne ich das Problem ich habe nicht darauf geachtet wie mein Durst ist das muss ich nämlich hier ein bisschen abkürzen in der Hoffnung keinen großen Fallschaden zu bekommen uiuiuiuiui ja ja ich trinke ja schon gibt es eigentlich schon eine Steigerung von den äh Water Skin wäre ja mal so ganz interessant zu wissen Dilo, 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 dilo. Spuck hier nicht rum. Da ist nichts zu spucken. Ach ja, es gibt... Ah ja, Wasserflaschen gibt es. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal gefunden gehabt. Blöd ist, wer es weiß und trotzdem nicht nachdenkt. Super. So. Und so. Das nächste... Naja, wir brauchen eigentlich... Oh, wir werden noch viel Holz brauchen. Das kommt aber alles erstmal nebenbei. Wichtig ist mir halt, dass die Wände stehen, dass mir nichts in meine Hütte reinlaufen kann. Da lege ich sehr viel Wert. Und der Rest kommt alles. Nach und nach. Stehen wir denn gerade 25 Minuten? Okay. Sweet. Es wird dunkel in... Wo auch immer wir hier sind. Tü, 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 tü. Ich dachte gerade, hier steht schon wieder ein Dilo. Mistviecher. So, dille. Nicht schön, aber selten. Ich verhungere. Toll. Ist mein Kämpfer ja da. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Fleisch reinschmeißen. Eigentlich alles, was ich habe. Um mal ein bisschen auf Vorrat zu kochen. Ja, ist doch gut. Ich esse ja schon. Unbelievable. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann auch vielleicht ein bisschen mehr Action. Ich weiß nicht. Das ist jetzt momentan hier diese Bauphase. Die ist immer ein bisschen recht eintönig. Aber okay. Müssen wir gucken. Wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Gehabt euch wohl. Und auf Wiedergesehen. Und auf Wiedergesehen.